Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Entschuldigung, ich hab hier reserviert. Ja, warte kurz, ja? Nein, nein, bitte setz dich hin. Was ist denn? Wie führst du dich denn auf? Der junge Herr hier hat den Raum reserviert. Entschuldige dich. Einen Vorstand könntest du dich auch noch. Walter Kollmann. David Berger. Entschuldigung. Marie von Lilienthal. Vielen Dank. So, wir fahren fort. David Berger. Was spielen Sie? Als ersten Partita, das Preludium, unsere Wort und Schick. Sehr schön. Das klingt mir alles zugleich. Mögen Sie Brei? Als Kind musste ich jeden Morgen Brei essen. Ich hab das gehasst. Wissen Sie warum? Weil er so matschig schmeckt. Da verstehen Sie uns doch. Jetzt spielen Sie mir doch einfach mal Ihr Lieblingsgericht. Nein? Welche haben Sie denn noch einstudiert? Alle. Ehrgeizig. Entschuldigung, ich hab hier reserviert. Warte kurz, ja? Wie führst du dich denn auf? Entschuldige dich. Komm mal. Sie vergeugen hier gerade unser aller Zeit. David, gehen Sie mal bitte in den Flügel. Da ist der deutsche Wundergabe. Wollte der Kotze mal vor seinem Wettbewerb. Wirst du dich hauen, oder was? Das klingt mir alles zugleich. Bist du langweilig? Ich hab meinen völlig unkonzentrierten Eindruck hinterlassen. Wenn Sie so anfangen, dann kann das nichts werden, David. Es geht hier nicht nur um Sie. Marie! Jeder verpiss dich doch! Sind Sie nicht im Tempel? Und anziehen, hopp! Nein. 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 Nein.